Ich geh jetzt. Ich bring dann auch eure... Wo bist du, Timo? Nein. Wo bist du, Paddy? Also, ich bin schon weitergelaufen. Warte mal, aber ich komm zurück. Ja, muss denn nicht, dann kannst du auch gehen. Wo bist du denn, Timo? Oben. Okay, ich muss sowieso zum Haus. Ja, ich sag ja, ich nehm eure Items mit, dann hol ich direkt Holz und Wolle und dann passt das gut. Also, lass mal irgendwo dann gerade Fläche gehen, hier, okay? Hier, ja. Ja. Hoffe ich, dass ich nicht sterbe. Ich glaube, diesmal Lutzli, Pfeile, das, das, das. Das ist, nein. Das. Das war Timo, das war Timo, das war Timo. Okay, Paddy? Hä? Ich bin schon fast an unserem Haus. Glaub ich dir nicht. Warum laufen jetzt beide aus der Höhle raus? Weil Paddy zu dumm ist zurückzukommen. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Wege. Ich hab auf jeden Fall ne Map. Und wir sind ein ganzes Stück von unserem Haus entfernt. Also, ich, ich, ich bin draußen jetzt gleich. Frag's ich nur wo draus. Im Meer. Ja, obwohl sie erst nur gerade da oben. Ich bin im Meer. Ja, da, wo wir letztes Mal reingekommen sind wahrscheinlich. Holy shit. Was kann ich denn jetzt denn noch machen? Ah! Meine Luft! Meine Luft! Oh. Stirb! Äh, ja. Hm. Okay. Komm, machen wir mal hier so'n, so'n... Ha! Schmerzen. So'n kurzer Kopfschmerzen, Steffen. Ja. Weil... Darum. Im Grunde genommen... ... könnte man... Ah, scheiße. Mal. Ja, jetzt mal nicht. Hier ist ein Hülleneingang. Chew! Ist es Nacht? Äh, die Sonne geht gerade auf. Na gut, dann schaff ich das vielleicht noch. Aber ich weiß jetzt nicht mehr... Oh, oh! Ah! Es sind so viele Monster, Junge! Schon. Ja, jetzt hör doch mal auf deinem Assi-Gerede, ey. Die sind ja voll auf'n Sack. Okay. Dann bist du ja wieder aggressiv. Nee, aber wir müssen ja nicht niedriger schrauben, als es sowieso schon ist. Oh! Au! Oh! Der war knapp. Der Schuss, der hat mich fast beinahe getroffen. Nein! Doch! Oh, nein! Oh, Gott! Er ist tot. Oh! Nein, 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 nein! Oh! Oh! Das ist ja aber... Das ist aber ordentlich. Oh, nein! Nein! Lass mich hier raus! Warte, ich... Ich sehe unser Haus! Tausend Monster sind hinter mir! Es ist eine wahre Schlacht! Oh, mein Gott! Eine Spinne! Oh! Diese Spinne töt' ich jetzt noch. Moin moin! Was ist denn hier, bin ich? Ting ting! Ich bin doch nicht blöd, ich bin doch... Also, ey, ne! Keine Funfragen hier! Möchtest du das einsortieren? Ich bin doch nicht... Von da oben? Aber... Hä? Äh... Ja, hier... Wo ist Sukau? Ne... Wo ist hier Eisen? Da oben gekommen! Kies! Aber Kies? Theoretisch... Kies! Und da sind wir dann von hier gekommen... Ja, irgendwo muss... Hab ich's dabei? Ach, hier ist auch noch ne neue Hülle! Ach du Scheiße! Ah ne, oh doch! Gold! Wow! Nein, please! Alter, war das laut jetzt! Der Drecksack, ey! Ja, da waren auch einfach plötzlich drei Creeper! Einer vor mir, einer auf einmal an der Seite... Und dann kam einfach mal von hinten! Arschlöcher! Du bist weg, oder? Du bist weg, oder? Nein, du bist immer noch da! So, ey, ich musste voll husten! Aber du kannst dich wenigstens muten! Ja, kann ich! Ich hab mal hier... Oh! Ach, das ist ja gar nicht so weit entfernt! Ne, ist ja auch nicht! Glas, leise... In der linken Seite! Bis... ...Hauses... ...Ellas... ...Dings... Ah! Warte! Weiß ich nicht! Ich wollte nur deinen Namen sagen! Ah ja, Monster-Items! Zack! Äh... Sprengpulver... Sepp... Also ich pack einfach die Pilze bei Sepplings rein! Und ich hau, glaub ich, schon mal ein ganzes Eisen hier in den... ...Brand... Ich hab den Ausgang gefunden, ganz alleine! Junge! Toll! Ach, da hat die jetzt, Mann! Wow, jetzt haben wir... Soll ich... Ich tu die, ähm, Eisen... Ne, Diamantenspitzsacke da rein, ne? Du brauchst gar nicht wiederkommen, Timo! Wir bringen nur unsere Sachen hier weg! Aber was sollen wir denn in der Höhle noch an? Ja, da ist doch wohl noch mehr! Weiter erforschen! Da ist viel, viel! Das ist viel, viel, Timo! Okay! Ich tu das einfach... Paddy, hast du dein Eisen und so schon gebrannt? Nein! Na, warum tust du denn sowas nicht? Oh, tu mir leid! Gib her! Also Gold und Eisen und... ...Diamanten! Ja, chill mal! Hab ich doch schon alles da reingepackt in den Truhen! Hey, warum tust du denn sowas? Geh weg! Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun wollte! Wie viel haben elf, Diamanten? Holz, genau! Ich nehm einfach... Ich nehm einfach ein Steckholz mit nach unten, ne? Ja, mach doch! Ja! Ganz fein! Haben wir schon... Hast du einen Orten, äh... Truhe, Schleimbälle? Ja, da unten! Da, über... ...über Diamanten! Hier! Schleim! Ah, ja, cool! Ich hab mal lesen sollen! Dann hast du ja nur zwei Schleimbälle! Nicht sechs! Jungs, ich hab grad ne neue Höhle, mit dem ich einfach von oben runtergebuddelt hab! Ich hab dir die... ...die sechs Schleimbälle schon gegeben vorhin, ne? So, mein Zeichens! Ähm, geh ich eben einmal Getreide holen! Mach Brot! Und dann ist, glaub ich, auch schon die Aufnahme fertig hier für heute! Ja, fast! Kies! Mein Gott! Ein Kiesblock! Ja, ne, doch nicht! Ne! Ne! Nein, haben wir hier! Ich glaub, wir brauchen ne zweite Steinkiste! Ich ernte mal... Ich ernte mal da... ...dass da dreife, ähm... Ne! Und pack doch nicht auf Sedien einfach in die Steinkiste rein! Ich glaub's halt nicht! So ne Unverschämtheit! Krass, du dumm bist, ey! Oh! Sieh die an! Das hab ich extra für dich übrig gelassen! Ja! Ich freu mich! Unglaublich! Und genau so sieht das mich in seinem Zimmer auch aus! Der kann nix sortieren, ey! Ey! Ich hab aber keinen Scheiß! Also wirklich! Unglaublich! Das ist schon unglaublich, dass der überhaupt an seinem PC rankommt! Du Messi, Alter! Ob der nicht! Dacht der Messi, ey! Sieben, so! Meine Güte! Jetzt haben wir unsere ganzen sechs Öfen... ...am brennen dran! Ja, wir können uns mal so'n Ofen... Ne, so'n... Alter! Dat Huhn, dat kack Eier, dat ist... ...das hier... ...ware Ronne hier! So, jetzt fangen wir die ganzen Kohle... Ach, Kohle ist hier... Mein Kampf, wie viel Kohle wir haben! Wundervoll! Ja, ist voll viel! So beautiful! No matter what you say! So beautiful! Ich hab Paddy gesehen, wo Paddy rausgekommen ist! Ich hab Paddy gesehen, wo Paddy rausgekommen ist! Du hast dann nämlich so'ne lange... ...so'ne lange Lanze gebaut, ne aus'm Boden, oder? Könnt ihr wieder ein paar Spielzeugen mitbringen, oder? Ich bring' Eisen mit! Und Holz? Ja, machen wir auch schon! Holz kann ich selber, wenn ich nicht nehm, hab ich nicht! Scheiß! Sooo... Oh, der Ofen ist schon fertig, was? Ach, Tatsache, der Ofen ist schon fertig! Krass! Also... Ja, ne... Also ich mach' das Eisen hier... Also mit den Staplings haben wir jetzt schon mal die, äh, das... Ne, das andere Feld angefangen! Schön! Da waren noch ein Staplings in der Truhe! Was? In der... In der... ...Truhe am... ...Bauernhof! Ich weiß aber nicht mehr, was das für Staplings waren! Bäm! Neues Huhn! Bäm! Sooo... Und ich bin jetzt mal... Ne, doch nicht, ich mach' jetzt erst mal ein bisschen Brot! Aua! Wow! Weißt du, was ich immer mach'? Ich ernte mal das ganze Zuckerrohr hier ab! Ja! Äh... Oh! Ich mach' mir dann wieder auf'n Weg zur... zum Dingens, ne? Hol' dich ab! Zur Höhle! Ja! Ich komm' dann wieder, ne, Timo? Ah ne, doch nicht! Keine Wolle mit! Ne, die bring' ich mit! Okay! Muss sowieso dann ne Schere machen! Oder hat jemand eine? Ja, die ist auch in ne... in ne Wollekiste drin! Uuuuuhhhhhhhhhh! Ha! Ja! Hat man ne Schere in ne Wollekiste? Paddy, hol' dich ab, ne? Okay! Dann sag' mir Scheid, wenn er da bist! Ich warte am Eingang auf dich! Wo denn? Also, wo... Am Eingang auf der Höhle! Oder... oder an meiner Lanze! Ich an deine Lanze! Komm' einfach da unten! Wenn du die normale Treppe, die Sandtreppe, die ich da gebaut hab... Wenn du ne Sandtreppe runter gehst... Au! Ich bin voll auf Fresse gefallen! Jo, das gefällt uns! Ey, das gibt's doch nicht, Alten! Wow! Oh, wow! Ja, das reicht auf jeden Fall für ein paar Bücherregale! Timo, wohin? Alter! Ah, da unten her! Timo, kommt gar nicht zu, irgendwie zu antworten! Doch, Paddy, da unten runter! Wow! Da ist uns geht der halt oben! Ja, ist ja gut! Nur an den Rücken! Hier oben war ich gerade, guck hier oben bin ich reingefallen! Siehste das? Guck mal da oben ist so'n Dings, da bin ich durchgefallen! XOI! Und dann komm mit! Da oben bin ich auch reingefallen! Ich sollst mir die Höhle zeigen... ...Und da, von da oben! Da oben bin ich auch reingefallen! Ja! Ja dann komm mit! Dann zeig ich dir die Höhle... Du bist auch so'n Höhlenmensch, ne! Du hast du dich auch noch hier auskennst, Alter! Ich hab mir den Weg gemerkt. Eben. Alter. Was machst du da? Keine Ahnung, ey. Das wird schon wieder Nacht. Kannst ruhig sein. Gut gemacht, Imo. Ja. Komm, lass uns hier noch so ne Wand hier reinziehen und alles. Äh. Gib mal einen Cobblestone. Wolle! Oh, Zuckerro? Oh! Äh. Äh, wo ist denn die scheiß Wollekiste? Hab ich überhaupt schon ne Wollekiste gemacht? Ja, ich muss äh... Ach, da! Ja, hab's ja. Ja, ich muss äh... Ja, ich muss mal ein bisschen Glas mit. Eins, zwei, drei. Glas haben wir, glaub ich. Nicht direkt. Bestimmt bei Sand drin. Was hast du denn hier? Gleise, da Glas. Glas... ... und... ... und Nacht. Super. Soll wir dich abholen? Nö, nö. Was hat denn das im Raum? Wir sind jetzt gleich die Aufnahme. Wir machen fünf Minuten länger, ne? Dann passt das. Ja, ja... ... und dann passt das, lass ich dir. Ich denke, dass du klar bist, Tom bem palavra. Mache событи проここ? Der der, bury Rein ist E levant ou vrai. Er ist institution kürz alain, Fa tightly emann ... Was? WIT?? Wenn das ist kaputt bei dir, Timo. Hm Okay Was? Gut, so Okay, tiefste Nacht Wunderbar, das Findet der Stefan toll Brauch ich mich? Ach komm Ja Fängt gut an Immer zum Kackstiftrennen Und Rennen Na, siehst du da schon der erste Creeper Und wow Hier ist da auch kein Vieh Toll So, Paddy, bist du noch da? Ja, ich bin noch da Fuck Und Timo? Nicht Gingst du jetzt da nach oben Oder wo musst du mal langen? Ach du Scheiße Ja, sehe ich genauso Du Scheiße Warte Hier geht's ja noch weiter Hier waren wir noch gar nicht Ist auch nochmal eine Riesenhöhle Ja Ja Ah Scheiße, was mach ich da? Weiß ich auch nicht So So, da kommt das hin Da kommt die Tür hin Wow Sehr laut Sehr laut Sehr laut Ja Sorry Ich hab mir gerade einen Tee gemacht Wir hätten da gerade gesprochen, ey Hast du eigentlich Glas mit, Stefan? Ja, hab ich Ich hab gerade gesprochen Ich hatte ein Headsetter hinten auf dem Kopf Deswegen hat mich keiner gehört Alter Ja Glitsch dich mal in der Wand Ich mach gar nix mehr, ne? Da komm ich nicht dran Das ist unfair Ja, super Da unten ist auch ein Creeper Was ist hier? Ich hab mir auch Ich hab's gefunden Ja Ey Komm, dann mach mal Als Ending Mach mal hier ein bisschen Ey Ne, aber Okay Hau mal hier in dem freien Platz hier Ne Rein Komm, erst ein Glas Ne Ey, einmal zwei Bier bitte Ey, aber komm, ist ein Brot-Eis Ja Hier und Das ist das, was ich als Brot bezeichne Ja, egal Gebt mal Äh, Ding ins Jetzt mach ich erst mal betten Und dann Ja, hier hab ich Hier hab ich reingemacht Hab ich, hab ich Hab ich Drei Betten Eins, zwei, drei Und die hau ich jetzt hin Wo hauen wir die hin Oh, weißt du, dann mach ich Nische Wenn das Gain tut Ne Schlafnische Nein, es tut nicht Gain Bin ich jetzt auch kacke mit Tür Ja, schubst mich weiter Ist auch wahr Ja, hör auf, du Vollidiot Also, da wär ich aggressiv Ja Nicht so aggressiv, Stefan Bin ich nicht Bin ich aggressiv Reddy Ja Reddy Was tust du da Jetzt kannst du deine Nische da rein machen Ja Ja, hallo, hallo, stopp, hallo, stopp, halt, stopp Das gelogen So Now we have drei Eins Drei Ist eins zu breit Nein Eins Zwei Zwei Doch Ne, das ist wieder eins Warte Das kann Lass das doch Ich hab doch eine Eine Oh Machst du da Ist so dämlich, Alter Ich hab gerade eine weitergemacht, ne Nein, ich sag nix, ey Ja, du sollst noch nie Einen Geh mal Cobblestone Nein Das ist eine Spitzhacke Für die Oh Einfacher ist das natürlich auch Ah, egal So Das So Eins Zwei Drei Jetzt passt's wieder Eins Zwei So Das Bett musst du da drin setzen Pädobet Oh Ist nacht Ja gut Ja und Gut Und jetzt keine Viecher kommen Bis zum nächsten Mal Tschüli Tschö So Tschau Da Da sind die Spackos Hier Tschö Das ist ein Drei Vielen Dank.